Okay, komm, 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 komm. Ja, ja, ran raus. Ich muss hier raus sein. Komm, 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 komm. Ja! Gut. Jennifer Miller. Jennifer Miller? Okay. Jennifer Miller, okay. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein zu sind, zu antworten. Prima. Das ist beim letzten Mal. Das ist schon gut geklappt. Oh Gott, dieses Haus. Dieses Haus. Das macht mich fertig. Jennifer Miller. Okay. So. Das klingelt. Telefon klingelt. Telefon klingelt. Wo? Wo? War das hier? War das unten? Ich weiß es nicht. Müsste unten gewesen sein. Hier ist auch ein Telefon. Okay. Ich hab die Videokamera. Hände, 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 Hände. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt hab ich nämlich beides da. Oh, hier ist noch eins. Also Fingerabdrücke haben wir auf jeden Fall mal. Äh, da hinten ist... Also dieser Raum scheint irgendwie, ähm, hier, zwei Handabdrücke. Die ist da. Die ist da. Oh, oh. Licht ab. Sicher? Ich hatte gerade dieses... Toll! Das war irgendwo hier im Eck bei mir. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber warum war die denn hier? Ich dachte, die kommt nur, wenn man alleine ist. Und wir waren ja nicht alleine. Äh, da steht, äh, die spricht mit einem, wenn man alleine ist. Oh, toll! Das ist aber ganz nett von ihr. Oh, oh, ich hab irgendwas gehört. Jups. Tschüss. Ah, es flackert, es flackert. Wer ist noch drinnen? Ich glaub, der ist tot. Wer? Bist du tot? Ich glaub, was. Glaube ich. Das gibt's doch nicht. Bist du tot? Nee, der lebt. Ich bin noch da. Du bist noch da. Wo? Was, sie war da? Okay, mach mal das Licht an. Neben dir, das Licht an. Hier. Hört ihr sie, oder was ist los? Hört ihr sie? Ja, es flackert, es flackert. Oh, nein! Leute, die Tür ist zu. Versteckt euch. Alter. Scheiße, Mann. Fragezeichen im Schädel. Ja, es ist... Oh, Aktivität 8. Aktivität 8. Aber da ist nichts zu sehen. Also, wenn die in der Küche ist, dann würde ich Geisterobst auch ausschließen. Ich schmeiß mal das Buch hier rein ins Wohnzimmer, oder? Gib uns ein Zeichen. Genau. Was darfst du los? Was darfst du los? Oh, das Bild ist gerade runtergefallen. Ja. Okay. Aktivität ist erst auf 2. Gmf5 war sicher. Okay. Und Gefriertemperatur? 80 Prozent. Ja. Ja, aber also das mit dem gefrierenden Atem, also... Ja! Jawohl. Ja! 20 Dollar, hey! Yeah, wir sind reich, Leute! Immer noch Level 1, yay! Juhu! Ja, also EMF ist nix. Fingerabdrücke waren auch nicht. Nee. Ich weiß nicht, also im Moment trau ich mich nicht, den Namen zu sagen. Ich glaube, der... Sonst geht er wirklich auf uns los, weil den Namen, da macht der... Der ist dann aggro. Hm. Wo? Ich hab ihn auch gesehen. Ja, ich bin draußen, ich bin draußen, kommt schnell raus. Das Licht hat geflaggert, Leute. Kommt. Lauft, lauft, lauft. Alter. Hat er was gehört? Ich hab ihn gesehen. Der sieht echt scheiße aus. Ich hab's gesehen, wie er auf dich zuläuft. Oh mein Gott. Fuck. 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 Ah, ich hab's gesehen. Shit. Fuck. 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 Super! Toll! Ich habe mich so gut noch in der Ecke versteckt! Warum? Ja, kein Stress! Thomas kommt, der rettet uns! Ja, ist nicht so gut! Nee! Ja, für dich! Wir sind jetzt beide weg, ja! Ja, die Tür ist auch zu. Tja! Oh. Okay. Seid ihr noch da? Oh Scheiße! Noch irgendjemand da? Was ist passiert? Oben rechts hat kleine Kinderzimmer. Da stand da plötzlich... Ich hab's gehört! Ich hab's gehört! Alter! Hast du die Kamera in der Hand? Aktivität 10! Aktivität 10! Hand! Verstecken, verstecken, wenn du uns noch hörst! Taschenlampe aus! Taschenlampe aus! Der ist aggro, ja! Der ist ziemlich aggro! Null! Null! Aber... Warte noch ganz kurz, weil der war vorhin auch auf Null! Also es ist... Es sieht relativ... Oh Scheiße! Jetzt ist es wieder auf 4! Kann man den ablenken eigentlich? Aber was haben wir bis jetzt für Beweise? Äh, wenn's ein Phantom ist, fotografieren Sie das Phantom, verschwindet es temporär! Scheiße! Jetzt ist es wieder 10! Der ist... Wie aggro ist denn der? Was geht denn mit dem ab? Aber Orbs? Seh ich keine! Doch, ich... Ich hab Orbs gesehen! Ja? Zwei Stück! Du hast Orbs gesehen? Ja! Ja, vorhin, vor paar Minuten... Ach, vorhin, okay! Ja, das heißt, wir wissen nur Orbs bis jetzt, oder? Ja, versuch's... Erkennst du den Weg nach unten? Ja, jetzt ist Null! Warte! Jetzt ist... Jetzt ist auf Null! Versuch's, weil das bringt uns nix! Der Sanity ist auf vier! Versuch's einfach! Ich komm dir mal entgegen, aber ich weiß nicht, ob das was hilft! Okay, komm, 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 komm! Ja, ja, renn raus! Ich muss hier raus! Komm, 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 komm! Ja! Was? Ich... 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 Ich glaub, wir haben es! Ich muss nur schnell hier! Weg schnell hier! Weg schnell hier! Weg! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Nee! Die war das... Also, wir haben EMF 5 auf jeden Fall! Okay! Geister Orbs und die Präferentation, oder? Also EMF 5 hast du gemessen, oder? Ja, und zwar hardcore gemessen. Direkt vor mir. Okay. Okay, also es kann sein. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Ich glaube nicht. Könnte sein, könnte sein, weiß nicht. Alter, das war eine Aktion. Wir haben es gesehen, weil du die Kamera in der Hand hattest. Nee, die Kamera, dann dachte ich, ja, spinnt es. Aber ihr seht nicht den Geist, oder? Nein. Nee, weil du die, die war so nach oben, die Kamera. Ich habe nur gesehen, wie die Tür auf und zu gegangen ist. Nimmst du das Radio dann, oder? Ich nehme gar nichts, ich nehme gar nichts, ich gehe hier nicht mehr raus. Ja, ich kann nur eins gleichzeitig nutzen, ne? Ach so, okay, dann nehme ich. Nee, 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 ich nehme, alles gut, ich nehme es, ich nehme es. Du bleibst hier draußen, weil das, das, du musst hier überwachen und du gibst uns die Gesamtaktivität durch. Oh. Ja, da flackert es auch. Scheiße, die ist voll aggro, Alter. Also wie gesagt, die ist eher dann gegen diesen Kinderzimmer. Ja, ja, da flackert es auch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe schon mal die Schranktür aufgemacht. Also wenn, dann verstecken wir uns im Flur vor der Treppe im Schrank, okay? Das Licht ist ausgegangen. Nein. Komm hier rein, komm in den Schrank, komm in den Schrank. Komm in den Schrank. Bleibt weiter auf vier. Ja, ja, die ist, die ist unterwegs. Fünf, fünf. Runter auf eins. Runter auf eins. Wieder. Okay. Gefriertemperaturen waren aber noch nicht ganz, oder? Nein. Weiterhin noch weiter im Moment losgebräuchte Bequemaktivität um vier. Okay, weg, weg, weg. Oh. Zehn. Okay, die ist hier, die ist hier. Hoch auf zehn, dann raus. Ja, ja. Ja, ja, stimmt. Okay. Okay, ich gehe raus. Okay. Okay. Scheiße, wir haben die Treppe gewinnt. Auf zwei, auf zwei, wieder höher. Alter! Wer war das? Zehn. Zehn. Da nicht. Oh, scheiße. Ich bin draußen, ich bin draußen. Es ist trotzdem, trotzdem. Scheiße. Lebt er noch? Lebt er noch? Ja. Ja. Okay, Alter. Aktivität wieder auf null. Okay, ich bin draußen. Scheiße, er ist tot. Tot. Ah, Mist. Ah, Mist. So ein... Mist. Mist. Okay, also aber... Heftige Runde jetzt. Ja, wenigstens haben wir einmal gewonnen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Okay. Okay, also...